Musik Troxus präsentiert auf der ECMA eine komplette Range von ATVs ab 450 Kubik bis 900 Kubik mit kurzem und langen Radstand bis hin zu einem Side-by-Side mit 900 Kubik und vielen interessanten, innovativen Features. Kai Telsnick vom deutschen Troxus-Importeur Hercules Motor erläutert die Einzelheiten. Hier haben wir die Dune 900 als Langversion mit Voll-LED-Scheinwerfern 75 PS und hier haben wir die Kurzversion von der Dune 900, die auch Anfang des Jahres auf den Markt kommen wird. Hier haben wir die ganz neu designte 590er, dieses Fahrzeug ist von Kiskar designt. Hier kommen wir zu unserem Flaggschiff, der Ridge 900, das Side-by-Side, ausgestattet auch hier wieder mit dem 2-Zylinder-starken 75 PS Motor. Musik Mit dem XR10S präsentiert Koso den Nachfolger von seinem Million-Seller, der zigtausendmal in ATVs und Quads verbaut ist. Wie viel genau? 24 Millionen. Auch ansonsten hat Koso auf der ECMA in Mailand eine ganze Menge zu präsentieren. Access Motor präsentiert auf der ECMA 2017 eine komplette Range. Der Boss von Access Motor erklärt uns jetzt, was hinter der Marketingstrategie steckt. Jetzt können Sie sehen, dass wir eine neue Range haben, den Namen, Shirts, Spots. Wir präsentieren die 850 und auch die 420 Jahre. Jetzt erklärt Michael die Produktionen. Einzelheiten erklärt Deutschland-Importeur Michael Leb. Danke sehr. Was gibt es Neues hier bei Access? Das Wichtigste ist, was steckt hinter dieser Idee, steht Sport. Es wird hier auf drei besondere Merkmale wertgelegt. Zum einen der extrem durchzugsstarke Motor. Das zweite wesentliche Merkmal sind die neue, hier sehr schön zu sehen, verbauten Stoßdämpfer. Ein drittes Wesens-Merkmal ist die gesamte Bremsanlage, die wirklich für eine extrem gute Verzögerung sorgt. Alles in allem bewirkt dieses Gesamtpaket ein sehr, sehr sportliches Fahrverhalten. Aus diesem Grunde auch der Name Shade Sport. Hier sehen wir die brandneue Shade 420. Beginnt bei einem Verkaufspreis von 5600 Euro. Hier sehr schön zu sehen, das 400er Aggregat. Die 420er verfügt über einen elektrisch zuschattbaren Allradantrieb, über einen großen Tank, eine Digitalarmatur. Wie gesagt, also ein sehr komplett ausgestattetes ATV. Das neue SSV 850 Supercharge ist so gut wie fertig. Wir sehen hier das erste Vorserienmodell, das Herzstück von diesem Fahrzeug. Hier sehr schön zu sehen, der eigens von XS Motor entwickelte 850 Kubikzentimeter Kompressormotor. Der Hersteller gibt hier Leistungsdaten an, die an die knappe 90 PS erreichen wird. Sehr schön von vorne zu sehen, auch die wie gewohnt bereits im ATV verbauten Angel Eyes. Eine wichtige Frage, was wird das SSV 850 Supercharge am deutschen Markt kosten? Angepeilt sind auf jeden Fall ein Verkaufspreis unter 15.000 Euro. Heute schon genickt. Star auf dem Yamaha-Stand auf der ECMA ist natürlich das Dreiradmotorrad Nicken. Ja, hier auf der ECMA 2017 präsentiert sich mit Corvus. Bis zum vergangenen Jahr hieß das Ganze RBS. Der Hersteller startet jetzt mit neuem Markennamen und auch mit neuen Produkten. Bekannt ist der Adventure 900 mit 2-Zylinder-Piaggio-Motor. Neuem Angebot ist eine Pick-Up-Ladefläche. Das Ganze nennt sich dann Terrain DX4. Wir befinden uns hier am Stand von Kayo Motor. Am Start sind hier folgende Modelle. Das sogenannte Bull 200 mit einem Verkaufspreis unter 2.500 Euro als D3-Version auf den Markt kommen. So, schon seit einem Jahr auf dem Markt ist unsere Fox 70, jetzt unter dem Namen Space 1 70, hier in einer neuen Farbe in grün, in Deutschland bereits schon seit einem Jahr erhältlich. Die Mini 110 wird in Deutschland unter dem Markennamen XS Motor vertrieben. Der Hammer am CF Motor Stand ist in Europa designt worden, Kiska Design. Das ist der gleiche Designer, der auch für KTM gestaltet. Z10 heißt das Sport Side-by-Side, mit dem die Chinesen jetzt in diesem Segment antreten. Die Kanadier müssen sich mal ja nichts einbilden, dass sie hier allein auf dem Markt wären, was den Can-Am Trackster betrifft. Und das kann von den Formen her und von den Motordaten her, zumindest von der Kubikzahl her, auch CF Motor mit seiner neuen U-Force 1000. Ebenfalls mit 1000 Kubik gibt es jetzt auch den Z-Force, das sportliche Side-by-Side. Und natürlich die C-Force, das ATV, das jetzt eben auch mit 1000 Kubik im Anrollen ist. Präsentiert wurde es ja bereits vor einem Jahr auf der ECMA. Aus der Böller-Fraktion meldet sich Tau Motor mit einer Range aus kleinen Kinderquads bis hin zu ATVs mit 250 bis 300 Kubik. Wärmstens zu empfehlen sind die Heizhandschuhe von Capit. Der Hersteller hat gegenüber den Modellen im vergangenen Jahr einiges daran verändert. Speziell hat sich an den Handschuhen geändert, dass die speziell für Motorradfahren sind mit den Protektoren. Scheibenwischer sind innen verstärkt. Die Wassersäule ist erhöht worden. Die sind mehr wasserabweisend, wasserdichter. Die Batterie ist größer geworden, weil sie längere Lebensdauer hat. E.ON präsentiert sich auf der ECMA 2017 mit einer kompletten Range an ATVs und Quads. Die Einzelheiten dazu erläutert Deutschland-Importeur Michael Lehm. Sehr, sehr auffallend ist das gesamte Dasein der Crossland 600. Also dieses Fahrzeug hebt sich schon sehr von der Masse ab. Eins von E.ON entwickelte Scheinwerfer mit, könnte man sagen, Angel Ice werden auch hier verbaut. Die Grundidee des Herstellers E.ON war, hier eine Mittelvariante zwischen langen und kurzen Radstand auf den Markt zu bringen. Sehr schön zu sehen ist hier das neue 600 Kubikzentimeter E.ON-Aggregat, das rund 45 PS in der offenen Leistung auf die Straße bringen wird. Weiter ist hier sehr schön zu sehen, die sehr gut übersichtliche Digitalarmatur, ein elektrisch zuschaltbarer Allradantrieb. Wie gesagt, alles was das Herz eines ATV-Fahrers begehrt. Auch ein sehr interessanter weiterer Punkt ist hier der versperrbare hinten liegende Tank mit einem sehr großen Fassungsvolumen. Was Neuigkeiten betrifft, sind wir auf dem Kymko-Stand ein bisschen irritiert. Denn das, was wir dort sehen, das kennen wir doch eigentlich schon mal irgendwoher. So aus den vergangenen 120 Jahren in etwa. Sieht so ein Differenzial aus, was wir jetzt eigentlich dringend erwartet hätten? Auch die Sportfraktion sieht nichts anderes als eine eigentlich bekannte MEXA 450E. Die Side-by-Sides mit 450 und 700 Kubik, die haben wir doch auch schon mal irgendwann gesehen. Wieso präsentiert Kymko auf der größten und bedeutendsten Motorradmesse der Welt, die dieses Jahr stattfindet, Modelle, die wir eigentlich schon alle kennen. Auf dem ADIVA-Stand haben wir neben den bedachten Dreiradrollern auch ein recht interessantes Fahrzeug entdeckt. Es hat vorne ein Rad und hinten zwei und eine Ladepritsche. Angetrieben wird der kleine Lastenessel von einem Elektromotor. Nach einem Jahr Wartezeit haben wir endlich das Excalibur XL zur Verfügung. Es ist ein 5-Zoll-Navigationssystem mit einem sehr guten Einstiegspreis von 52 Euro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.